Liebe Düsseldorfer Musikliebhaber, liebe Mitbewohner in der Düsseldorfer Tonhalle, liebe Musikfans, ich wünsche Ihnen allen eine wunderbare Weihnacht voller Familienglück, hoffentlich dem großen Wunder des Friedens. Ich wünsche uns Musikern ein Publikum, das sich sehnt nach der Begegnung, nach dem Miteinander. Ich wünsche dem Publikum Musiker, die ihre Seele öffnen für Sie, mit denen Sie neue Inseln von wunderbarer Gemeinschaft erleben können. Ich wünsche uns allen den Glauben an das Gute in der Menschheit, an das Gute in uns allen, den Glauben an das Schöne im Miteinander. Die Musik beginnt da, wo die Worte enden. Ich wünsche uns allen eine glückliche Wiederbegegnung in der Tonhalle hier in Düsseldorf nach Weihnachten und hoffe, Sie glücklich und gesund wiederzusehen. Ich bin Anne-Sophie Mutter, die Geigerin.